Ich rufe noch mal an wegen der Vermisstenanzeigen von heute. Wegen der Toten, die man aus dem Wagen geworfen hat an der Autobahn. Ja, ich warte. Mensch, Robert, ich kann dir sagen. War nicht so einfach, was? Im letzten Jahr hatten wir drei Fälle an der Autobahn. Jedes Mal ein nacktes Mädchen. War die auch nackt oder erwürgt? Erwürgt. Aber es sind genau die Fälle, die wir nicht rausgekriegt haben. Ja, ja, ich höre. Na, fabelhaft. Vielen Dank. Irmgard Panowski. Der Mann hat vor einer Stunde Vermisstenanzeige aufgegeben. Pächter von einer Autobahnraststätte. Dann war die eben nicht nackt. Guten Tag. Guten Tag, Herr. Entschuldigen Sie bitte meinen Zustand, aber ich... Guten Tag, Herr Panowski, bitte bleiben Sie liegen. Ich habe gerade eine Spritze bekommen. Ja, hier werden Sie gar nichts anbauen. Ich kann nicht glauben. Wissen Sie, ich... Ich verstehe es nicht. Nein, 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 das... Bitte, Herr Panowski. Das ist ein Mensch, der gestern noch gesund und lebendig war. Ich kann mir denken, wie Ihnen zumute ist, Herr Panowski, aber... Ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen. Ja, 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 bitte, bitte fragen Sie. Wann haben Sie Ihre Frau zuletzt gesehen? Es ist ein Abend um elf. Ich habe noch Agnes gefragt, unser Wifelfreulein. Ich sage, wusste meine Frau geblieben, aber sie wusste es nicht. Und sie sagte, sie ist auf einmal weg. Ja, ich habe nicht mit dem Schlimmsten gerechnet, wissen Sie? Nicht damit, dass man... Dass man sie morgens in einem Straßengraben findet und... Wir werden den Täter finden. Den Täter? Den kenne ich. Den kennen Sie? Ja, Wiegand. Er fährt einen Möbelwagen, Firma Bauern Kuster. Und das ist der Mörder Ihrer Frau? Ja. Sie hatte ein Verhältnis mit ihm. Schon lange. Seit Monaten. Und er kommt immer mit seinem Laster hier vorbei und übernachtet. Ich kam jetzt gar nicht dahinter, warum da immer hier bleibt. Ja, schließlich kann er ja durchfahren. Sind ja bloß 50 bis 60 Kilometer. Wohin? Also seiner Firma. Ach so. Aber das beweist doch noch nicht... Gestern Abend war er wieder hier. Ich sage ihm, Sie kriegen kein Zimmer. Machen Sie, dass Sie weiterkommen. Aber er hat sich hingesetzt und hat was getrunken. Ich schickte Irmi zu ihm. Sag ihm, dass Schluss ist und sag ihm, ich bin dahinter gekommen. Da hat sie sich zu ihm gesetzt und hat es ihm gesagt. Ja, und dann ist sie noch mit hinausgegangen und ich habe gehört, wie der Laster abfuhr. Und seitdem war sie verschwunden. Sind Sie Herr Schreiber? Ja. Warum? Ach, sagen Sie, warum hat Pernowski eigentlich gerade Sie geschickt, um die Tote zu identifizieren? Weil er nicht selber gehen wollte. Er hätte jeden geschickt, der Irmi kennt. Na ja, zuerst hat er Benno gefragt, ob er Sie nicht identifizieren will. Ähm, Benno ist es Sie? Ja. Aber er wollte nicht. Gebt mir zwei klare. Ach, das war wohl nicht das Richtige für Sie, ne? Nein. Na, da hat Pernowski mitgefallen gesagt, gehst du. Na ja, habe ich gesagt, ob ich dir gefallen tue. Na ja, und so habe ich ihm den Gefallen getan. Gefallen? Ja. Du wohl nicht ganz der richtige Ausdruck, weißt. Aber ich mache das nicht nochmal. Ich habe mich noch nie im Toten gesehen. Ich meine, ich jemanden, den ich vorher gekannt hatte, dann ist er plötzlich nicht mehr. Ich da, so ganz ohne ein Funkenleben. Und das ausgerechnet bei Irma. Ich meine, die, die hat doch eine ganze Menge Leben. Was meinen Sie damit? Na ja, ich meine, die hat doch mit jedem was angefangen. Aber mit dir vielleicht nicht. Na, sag's doch mal. Ich habe sie mich beide erwischt. Im Kellner-Office. Halt den Mund. Rett doch keinen Quatsch. Die Polizei ist ja schließlich hier, dass man die Wahrheit sagt. Die wollen doch wissen, wie Irmi war, nicht? Na, da haben Sie es vollkommen recht. Und wie aus? Na ja, da stand sie eben vor Benno. Aber wie kann ich Ihnen sagen? Die Hände in den Hüften? Na, Sie können sich das ja vorstellen. Na, Benno, was willst du denn? Na, sag doch, was du willst. Vielleicht mache ich es. Nicht ein Wort von dem, nicht eine Silbe. Nicht von dem. Nicht bei Irmi. Und die hat ihn immer hochgenommen. So will Ihre Ironie, wissen Sie? Die hat ihn nicht in Ruhe gelassen. Die hat ihn richtig fertig, als er die geworfen hat. Was war das mit dem Lastwagen-Fahr gestern Abend? Ich denke, Sie wären nicht dazu. Na, er meint nur, dass wir für Ihre dreckigen Bemerkungen wenig Verständnis haben. Na, das habe ich denn gesagt. So zimperlich war die Irmi doch gar nicht. Das hat der Mädelsprach verstanden. Er hatte Lastwagen-Fritze, der wusste das auch. Sie diesen Wiegand? Wissen Sie eigentlich, dass er Wiegand heißt? Ja. Haben Sie den gesehen gestern Abend? Na, ja, der saß doch da. Wo bitte genau? Ja, da an der Ecke an dem Tisch stand. Ach, da an dem Ecktisch? Ja, und Pernowski ist dann hingegangen zu ihm und hat ihm was gesagt. Hat er Ihnen nicht gesagt was? Das wollten wir eigentlich von Ihnen wissen. Na ja, das er abhauen soll, das er Leine ziehen soll. Uns hat er gesagt, dem werde ich heute mal Bescheid geben, dem zeige ich mal, was los ist. Hat er sonst noch was gesagt? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jedenfalls nichts mehr gehört. Aha. Sagen Sie, welcher ist eigentlich Ihr Kopf? Ja. Der ist da drinnen. Ja, ich saß. Ah ja, Sie meinen, wie er heißt? Ganz recht, ja. Möhringer. Benno, haben Sie doch noch einen Moment. Ja, sagen Sie, was für ein Mensch war eigentlich, Frau Pernowski? Ach, Irma hat ihre Eigenarten, gute und schlechte. Sie, sie mochten Sie? Wissen Sie, sie war offen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Also vor allem ehrlich, offen und ehrlich, weil das so ihre Natur war. Ich habe niemals so einen Menschen kennengelernt. Sie versteckte nichts, war völlig ohne falsch. Nur im Effekt, also müsste man sagen, war das ein bisschen grausam. Und das war es schon. Für Sie etwa? Na, sicher doch wohl mehr Ihrem Mann gegenüber, nicht? Ja, das meine ich. Für den war es die Hölle, aber wen interessiert das schon? Was haben Sie gestern Abend gesehen, Herr Wagner, nicht wahr? Ja, Wagner, Herr Kommissar. Ich meine, Sie kennen den Wiegern doch auch, den Lastwagenpaar? Na klar, den kennen wir alle. Ja, ich meine, und jeder wusste, dass Frau Pernowski mit diesem... Sicher, jeder wusste das und hat sich darüber amüsiert. Wieso denn das? Das ist doch so üblich, das tut man, da denkt man sich doch nichts dabei. Da saß er. Und Pernowski ging hin und hat ihm seine Meinung gesagt. Das haben Sie selber gesehen? Sicher, wir alle. Ja, und die Reaktion von Wiegern? Eine Wut hat er bekommen. Ach, Jezorn. Und was hat er dann getan? Er blieb einfach sitzen, hat mit Irma gesprochen und sie dann hart angepackt. Wie angepackt? So am Arm, hart. Na ja, also, fest rumgerissen hat er sie. Er war nicht einverstanden zu gehen, er wollte nicht. Was denn los, will ich das alleine machen? Ja, ich komme ja gleich. Er stand dann auf, ging raus, Irma hinter ihm her. Sie brachte ihn an den Wagen, wie immer, aber kam nicht mehr zurück. Kann der Koch mal herkommen? Ich weiß nicht, ob er Zeit hat. Der hat wahrscheinlich jetzt ein Essen. Ja, selbst wenn er ein Essen hat, er soll mal herkommen, ja? Er hat nämlich vor der Kriminalpolizei auszusagen. Ja, ja. Bitte. Ja, was wollen Sie denn? Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Ich sitze in meiner Küche draußen und sehe überhaupt nichts. Ja, außer den Speisen. Ich sehe Sie da undauernd an Ihrem Ausguck. Was sagen Sie? Na ja, von Ihrem Küchenfenster aus, da haben Sie doch einen sehr guten Blick, ne? Na ja, es geht. Ich nehme an, Sie wissen alles, was mit Frau Panowski zusammenhängt. Na ja, was, was sollt alle wissen? Also von Ihrem Küchenfenster aus sehen Sie doch sehr gut diesen Tisch da, an dem gestern der Lastwagenfahrer Wiegand gesessen hat. Haben Sie ihn gesehen? Ja, natürlich. Wir waren doch gespannt, wie der Wiegand reagieren würde, wenn der Panowski zu ihm kommt. Und er sagte, na ja, ich werde es Ihnen mal zeigen und so. Er hat überhaupt nicht reagiert und sich um Panowski gar nicht gekümmert. Aber eine Wut hat er gehabt, das kann ich Ihnen sagen. Eine Wut? Dann gingen beide raus und seitdem habe ich die Irmi nicht mehr gesehen. Das kann ich bezeugen. Ja, Chef. Dann wollen wir mal. Tja, na, Dankeschön. Ja, ich fahr da immer vorbei. Ich esse da und übernachte. Sie ist die Wirtin, warum soll ich sie nicht kennen? Sie sollen sie aber sehr gut gekannt haben. Wie meinen Sie das? Sie haben ein Verhältnis mit ihr, das meine ich. Sie machen jetzt keinen Fehler. Wenn es so ist, kriege ich das raus und zwar sehr schnell. Also. Verhältnis ist zu viel gesagt. Was ist Ihre Geliebte? Wenn ich Ja sage, was heißt das schon? Deswegen muss ich Sie doch überlassen. Sie sollen meine Fragen beantworten, mehr will ich ja nicht. Was Sie wollen, weiß ich. Sie wollen mir einen Mord anhängen. Will Ihnen überhaupt nichts anhängen. Doch, das wollen Sie. Also jetzt hören Sie mal zu. Sie kommen hier an und sagen Polizei und ich bin schon geliefert. Was reden Sie denn da? Aber die Vorschläge ist in der Tasche. Entschuldigen Sie. Sie schlagen gerne. Kann sein, aber ich bringe keine Frauen um. Ihr war aber mal was mit einer Frau. Ja, da war mal einer, da habe ich eine gescheuert. Wenn Sie das meinen. Immerhin Gehirnerschütterung. Das kann man leicht sagen. Können Sie das feststellen? Die hat das schnell begriffen. Legt sich hin, spielt die Bewusstlose und hat die Gehirnerschütterung. Ja, ja, ja. Und darum geht es ja jetzt dann. Eben. Jetzt wollen Sie mir einen Mord anhängen. Wer schlägt, der erwürgt auch, was? Jetzt seid Sie endlich ruhig, ja. So ist das. Angeschrien wird man auch noch. Schrei ruhig ein bisschen. Was macht denn nichts, dieser trüben Nuss? Sie waren also gestern Abend im Rasthaus? Ja. Da kam die Panowski zu Ihnen und wollte Schluss machen. Nichts wollte sie. Das haben zwei Kellner und das Buffetfräulein bestätigt. Sind die vielleicht mit am Tisch gesessen? Die haben etwas zu laut geredet. Na schön. Sie wollte Schluss machen. Und ich sagte, dann machen wir eben Schluss. Sie glauben doch wohl nicht, dass das die große Liebe war. Bei mir nicht und bei ihr. Das habe ich auch nicht behauptet. Sie sagt, wir waren das nicht mehr? In Ordnung. Dann machen wir es eben nicht mehr. Nur... Was nur? Fällt Ihnen nicht? Der kann Ihnen nichts. Genau so war es. Nicht ganz. Sie waren ziemlich laut und Sie haben auch mal wieder die Hand gerufen. Das haben drei Leute gesehen. Und? Dann bin ich aufgestanden und gegangen. Das haben die hoffentlich auch gesehen. Mit ihr zusammen sind Sie gegangen. Ja, Tom. Ich ging allein raus. Und dann habe ich Sie nicht mehr gesehen. Ja. Dann hat Sie nämlich niemand mehr gesehen. Aber 20 Kilometer weiter wurde Sie aus dem Wagen raus in die Böschung geworfen. Ja, und das wollen Sie mir anhängen. Sie waren es also nicht? Nein. Und wenn Sie sich auf den Kopf stellen. Da hilft Ihnen der Chef auch nicht. Sag mal, Herr Wiegand. Diese Irngard Banowski, was fand die eigentlich an Ihnen? Wie meinen Sie? Ja, es war doch eine sehr hübsche Frau. Ich meine, die hätte doch ganz andere Männer haben können. So käme ich auch nicht. Herr Sohnschlager sind Sie doch aber auch nicht. Wie sind die Mädels schon immer nachgelaufen? Können Sie alle haben. Zeigen Sie doch mal jetzt hier am Wagen. Aha, das ist er. Ja, das ist er. Wie schwer ist das wirklich? Fünf Tonnen unbeladen. Und gestern sind Sie in Beladung gefahren? Nein, ich war leer. Ich habe Löwe nach Frankfurt gefahren. Und wie schnell fahren Sie? 80. Vorschrift. Da hinten ist alles leer. Nur Wolldecken, Kisten und so ein Zeug. Oh, da geht aber eine Menge rein, ne? Ja, kann man wohl sagen. Das ist der andere Schuh. Tja, die Tote hatte nur einen bei sich. Das könnte der andere sein. Gucken Sie mich denn so an. Navigant, wie wär's denn jetzt? Was wollen Sie denn von mir? Das Geständnis, was sonst? Aber so nach 20 Kilometer hab ich doch an Irmega nicht mehr gedacht. Ja, und weiter? Na, da überholt mich einer. Macht so komische Zeichen. Ich hab nicht verstanden. Ich denke mir noch, leck mich doch. Na, da kommt wieder einer. Überholt mich und zeigt so komisch nach hinten. Was nach hinten? Wieso? Na ja, wie wenn am Wagen irgendwas nicht in Ordnung wär. Ach so. Na, da hab ich angehalten. Will mir die Sache anschauen. Geh nach rückwärts. Hab ich's gesehen. Die Tür hinlaufen. Ich geh hin, will sie zumachen. Hab ich's dann gesehen. Irmila lag im Wagen. So komisch auf dem Bauch. Ich sag noch, mach keinen Quatsch. Wir sind da reingekommen. Hab ich dann erst gesehen, dass sie tot war. Und dann haben sie sie rausgeworfen. Ja. Er hat nicht gestanden. Das tun die nicht so gerne. Aber sowas zu leugnen, das ist doch völlig sinnlos. Wie lange hast du ihn drangenommen? Vier Stunden. Hast du ihn stehen lassen? Jemals. Na ja, na hör mal. Stuhl kommt aber mir gar nicht in Frage. Stehen lassen, bis sie weich werden in den Knien. Was? Jeder hat eben seine Methode. Den stehen oder sitzen lassen ist doch völlig wurscht. Das ist ein verdammter Unterschied. Zunächst musst du mal ran an jeden Burschen, von dem du was willst. Mit hundert Sachen ran. Stehen lassen. Anschreien. Am liebsten auch ihr. Zack. Ach komm Robert. Na ja, no, man sieht's nicht so gerne, ich weiß. Aber ich sag dir, für die meisten kannst du ganz leicht aus dem Anzug stoßen. Die sind richtig begeistert, wenn sie was sagen dürfen. Wenn du höflich bist, halten sie dich bloß für dämlich. Ja, wahrscheinlich war Panowski eifersüchtig. Das kann ja manchmal wie eine Krankheit sein. Wahrscheinlich. Könnte man sagen, dass die Eifersucht von Panowski wie eine Krankheit war? Was weiß ich, bin ich naht. Warum fragen Sie ihn da? Ich möchte es gern wissen. Sie haben doch den Mörder. Ja, ja, es sind nur noch verschiedene Details. Ach so, er hat wohl noch nicht gestanden. Nein. Dazu kriegen Sie ihn schon noch. Aber ganz abgesehen mal davon, könnte man Panowski einer Gewalttat zutrauen? Dem eine Gewalttat? Also ich kann mal viel vorstellen, aber das nicht. Ich will Ihnen mal was erzählen. Wiegand, der Möbelfahrer, wohnt hier. Ist oben im Zimmer und Irma ist bei ihm. Jeder weiß es. Auch Panowski. Was hat er gemacht? Na? Vor der Tür gelegen und geheult. Gebettelt und geheult, dass sie rauskommen soll. Von wegen und Gewalt hat er nicht. Ganz unmöglich. Tat er Ihnen leid? Weiß nicht. Ich weiß nicht. Eigentlich habe ich ihn mehr bewundert. Was denn daran zu bewundern? Wie er immer wieder verziehen hat. Er kann das schon. Entschuldigen Sie, wenn ich störe über meinen Zinszweck. Dann fragen wir uns, du bist doch hier. Die wollen dich abholen. Was? Könnten sie nicht? Also was soll denn der Blödsinn? Hast du nicht auch mit ihr gepennt? So, was ist denn hier eigentlich los? Wovor wird denn hier gesprochen? Von Irmi. Entschuldigung, ich muss mal ein Bus kriegen. Was hat er denn heute? Er hat sich doch ganz klar ausgedrückt. Ist doch völlig Quatsch. Ich und Irmi. Dafür regen Sie sich aber ganz schön auf. Na ja, hörst du mal zu, wenn er sowas sagt. Sechs mal direkt mal schon gleich im Knast. Waren Sie das schon mal? Ja, nur so drei Monate. Ganz belanglose Sache. Was war's denn? Angeblich Betrug. Haben die gesagt. Ich sagte das nicht. Ist natürlich eine reine Auslegungssache. Sie haben sicher Ihre eigene Art, die Dinge auszulegen. Spielt das eine große Rolle jetzt? Ich muss wissen, was Ihre Aussagen wert sind. Was habe ich denn gesagt? Dass Panowski eifersüchtig war. Ja, genau, von morgens bis abends. Hat er darüber gesprochen? Ja, das auch. Was hat er noch gesehen? Andauernd kam er an und er gesagt, Hansi, tu mal den Gefallen. Guck mal, pass mal ein bisschen auf. Ich muss in die Stadt. Aber wie sollst du denn da aufpassen? Das erste, als er zurückkam, war, war es... Hätten Sie sehen sollen. Die Augen hätten Sie sehen sollen von ihm. Wenn ich mir dann sagte, nein, es war er nicht, sei beruhigt. Da hatte ich immer den Einfluss, war ihm auch nicht recht. Komisch, wie? Ja. Na, ich sehe schon, Grabert, du machst ja wieder deine eigenen Geschichten. Zu Recht, was? Wieso welche? Ja, du glaubst doch wahrscheinlich dem Wiegand, wenn er sagt, man hätte ihm die Tote in den Wagen gelegt. Ja. Stimmt's? Ich finde den Wiegand zwar zum Kotzen, aber ich glaube ihm. Hier hat sein Laster gestanden, sagt Wiegand. Die Irmgard ist mit an die Tür gekommen, aber nicht weiter. Auf dem Parkplatz ist er ganz allein gewesen, keiner, der kam oder wegfuhr. Und dann ist sie angeblich zurückgegangen. Schäfter ist ein kurzer Flur von drei oder vier Metern. Im Lokal hat man Irmgard nicht mehr gesehen. Und hier auf dem Parkplatz ist sie nicht gewesen, wenn ich Wiegand mal glaube. Hat man sie im Flur umgebracht? Kann man das? Kein Schrei, nichts? Kein Kampf, kein Lärm in Sekunden? Denn der Mörder musste sie ja noch in den Wagen legen, dazu musste er hinten aufmachen. Während Wiegand vielleicht schon vorne im Führerhaus saß und der Motor lief. Du meinst, dass Panowski so schnell und so kaltblütig wäre? Sie halten nichts von der Geschichte? Können wir ja mal untersuchen. Ach, Frau Wiesinger, sicher haben Sie einen Augenblick Zeit für uns. Wo war eigentlich Herr Panowski vorgestern Abend? Vorgestern Abend? Ja, so zwischen 10 und 11. Ah ja, im Büro. Im Büro. Und wo ist das? Ah ja, in dem da hinten. Na ja, das weiß ich ganz genau, weil die Tür stand offen und wir haben ihn gesehen. Er machte die Monatsabrechnung mit den Kellnern, aber... Wie können Sie ihn sehen, wenn Sie die ganze Zeit hinter der Tateke stehen? Aber ich gehe doch x-mal daran vorbei. Ah ja. Außerdem hat er damals, glaube ich, zweimal sogar von mir ein Bier haben wollen. Ja, und die anderen? Und die anderen waren drin bei ihm. Die haben mit ihm die Abrechnung gemacht. Ah ja. Da habe ich mich auch gewundert. Und die Tür, die stand... Wieso hat er sich gewundert? Ja, weil es nicht der 15. war. Ach, er macht immer am 15. die Monatsabrechnung? Mhm. Die steht immer offen. Ich frage nur, weil sie ja jetzt zum Beispiel zu ist, ne? Nein, gewöhnlich ist sie zu. Ah so. Aber an dem Abend da war sie offen. Da war sie offen, da bin ich hingegangen und habe sie zugemacht. Aber dann stand er selber auf und... Wer bitte? Der Panowski und hat sie wieder aufgemacht. Ja, und deswegen haben wir ihn ja die ganze Zeit... Ach so. Nein, Sie, Sie glauben doch nicht, dass er seine Hände im Spiel hat. Ja, na, es ist in Ordnung. Vielen Dank, Frau Visina. Ich höre gerade, Sie erkundigen sich, wo ich vorgestern Abend gewesen bin. Ja, ich hoffe, Sie missverstehen das. Aber das kann doch nur bedeuten, dass Sie mich... Aber nein, das bedeutet gar nichts. Ich weiß ja, Sie waren im Büro und haben Ihre Monatsabrechnung gemacht. Ja, ja. Die haben also Ihre Monatsabrechnung früher als sonst gemacht. Darf ich fragen, warum? Mein Steuerberater fuhr in Urlaub und wollte vorher gern noch alles fertig haben. Ah ja, das ist ja plausibel, nicht? Und die Tür ließen Sie offen? Offen. Ja, die Tür zum Büro. Oh, das hat doch einen Grund. Was, ein Grund? Ja. Die Heizung funktionierte nicht. Ah, da ist ja die Heizung. War die kaputt? Wieso? Da hat Sie niemand repariert? Wenn ich das, ich wüsste. Komm. Ja, was fragen Sie denn nach der Heizung? Danke. Ja, was heißt Danke, Danke? Jetzt sitzt Pernowski wieder im Bett und heul. Sind wir denn alle Mörder? Ja, Walter. Wie ich dich kenne, denkst du doch wahrscheinlich, der Pernowski war es, ne? Was gefällt dir eigentlich an dem Jungen nicht? Diese Eifersucht, diese verdammte Eifersucht. Aber er hat doch nie etwas daraus gemacht. Weder hat er seine Frau bedroht, noch verprügelt, noch sonst irgendetwas. Und plötzlich soll er hier die Kehle zudrehen? Nein, 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 nein. Außerdem hat hier dieser Benno Wagner, glaube ich, hieß er, nicht? Ja. Ja, der hat dir doch gesagt, dass er hier immer vergeben hat. Walter, ich glaube, wir müssten uns mehr um die Hauptperson kümmern. Irgendwer? Hm? Genau, denn morgen ist Beerdigung und Ihre Eltern sind gekommen. Ein Herr und Frau Kettler und wohnen in der Pension Deinhardt. Sagen Sie meiner Frau bitte nicht, dass ich hier unten bin und dass die Herren von der Polizei sind. In Ordnung, Herr Kettler. Verzeihen Sie, warum soll sie nichts sagen? Weil sie noch gar nichts weiß. War sie ihre Frau weiß von nichts? Nein. Wie kann ich ihr das sagen? Ich hätte ihr sowas schon zweimal sagen müssen. Das verstehe ich nicht. Es ist nicht das erste Kind, das ich verliere. Zwei sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und Irmgard, das wissen Sie hier. Jetzt haben wir also keine Kinder mehr und keine Sorgen. Ihre Tochter wird morgen beherdigt. Bis morgen sage ich es ja auch. Nur, dass sie erwürgt wurde, muss ich verschweigen. Warum? Weil es zu schlimm ist. Es spielt ja auch keine Rolle, auf welche Weise sie ums Leben gekommen ist. Ihre Tochter hatte einen Liebhaber. Einen? Das würde mich wundern. Aus diesem Grund ging ja auch ihre erste Ehe kaputt. Aber sie war schon mal verheiratet? Ja. Sie hat auch ein Kind, eine vierjährige Tochter, überdies bei ihrem Vater. Die Schuld bei der Trennung lag ja bei ihr. Als Panowski zu mir kam, da habe ich zu ihm gesagt, Freund, so und so ist das und damit musst du dich abfinden. Oder du darfst sie nicht heiraten. Und er? Ihm war alles recht. Ich habe ihm gesagt, sie wird dich leiden lassen wie ein Tier. Sie kann nicht anders. Das würde ihm nichts ausmachen, hat er gemeint. Und ich habe ihm geglaubt. Aha. Na, weil er feige ist. Ein Schwächling. Sie sind die Herren von der Polizei. Ganz recht. Ich bin Frau Kettler. Ich hätte gern mit Ihnen gesprochen. Meine Tochter war der einzige Mensch, zu dem ich eine besondere Beziehung hatte. Zu niemandem sonst. Sie schließen Ihren Mann absichtlich aus? Gegen Ende des Krieges bin ich mit meinen Kindern aus Schlesien geflüchtet. Irmgard war damals, naja, sechs Jahre alt. Sie hat ziemlich viel mit angesehen. Ich muss Ihnen das nicht aufzählen. Mord, Totschlag, Hunger und Kälte. Das Dach über dem Kopf war wichtig. Lassen Sie mich etwas fragen. Ja, bitte. Finden Sie Ihren Gart unmoralisch? Davon habe ich nichts gesagt. Sie? Ich? Nein, warum sollte ich dazu? Weiß ich zu wenig von ihr. Ja, sie hat immerhin einige Liebschaften. Oder Beziehungen gehabt. Dabei hat sie nur zwei Arten von Männern kennengelernt. Die Hilflosen und die Brutalen. Vorweiten hat sie sich gefürchtet. Sie liebte eben auf eine verzweifelte Weise, weil sie Männer verachtete. Das war eben ihre Art von Reaktion. Und ihr Mörder ist der Mann, der das begriffen hat. Halten Sie es für möglich, dass es Panowski selber gewesen ist? Es gibt Männer, die weinen, wenn sie lieben. So einer ist Panowski. Und so einer ist mein Mann. Ich weiß nicht, wie Sie über solche Dinge denken jedenfalls. Ich mag meine Tochter. Es hat nicht eine Sekunde gegeben, in der ich sie verurteilt hätte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Harry, bring dich meine Freunde aus. Du, wir kommen weiter. Da hat sich nämlich, das weißt du noch gar nicht, vor einer Stunde ist das passiert, da hat sich der Fahrer gemeldet, der den Wiegand auf der Autobahn überholt hat und ihn darauf aufmerksam gemacht hat, dass die hinteren Türen offen sind. Was denn, er hat sich gemeldet? Ja. Ja, wo kommt er her? Ich meine, wieso warst du das? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Dann stimmt die Geschichte, die Wiegand dort so erzählt hat. Was ich Ihnen gesagt habe. Hier sitzt er jeden Abend. Dabei hat er doch sein eigenes Restaurant. Die Raststätte hat er erst seit einem halben Jahr. Das ist eine Kneipe von früher. Er hat ja auch noch seine alte Wohnung, hier ganz in der Nähe. Ja, dann komm. Ja, was wollen Sie? Ja, ich hätte Sie doch zu ihr nochmal gesprochen, verzeihen Sie. Dürfen wir hereinkommen? Nein, das geht nicht. Warum dürfen wir nicht hereinkommen? Das ist doch sehr nett hier. Sehr persönlich eingerichtet, ganz anders wie im Rasthaus. Ja, aber was wollen Sie? Ja, dürfen wir uns setzen? Ja, wir können natürlich auch draußen vor der Tür warten, bis der kommt, mit dem Sie so verzweifelt telefoniert haben. Ja, wir haben Sie gesehen. Wir haben natürlich kein Wort verstanden. Aber ich nehme an, Sie sagten, Sie müssten zur Vernehmung und hätten Angst, verhaftet zu werden. Dann wissen Sie sicher auch, was mein Gesprächspartner gesagt hat, wenn Sie so ein Hellseher sind. Ja, ich nehme an, er sagte, warte ab, tu nichts, ich komme sofort. Und auf den warten Sie jetzt. Und deswegen stören wir Sie. Na, was ist, warum gehen Sie nicht an die Tür? Warum machen Sie nicht auf? Spielt doch gar keine Rolle, wer dran ist. Achtung, Polizei! Hier ist Polizei! Nein, nein, gehen Sie, gehen Sie zu! Gehen Sie zu, Senior. Lass doch, Walter! Hier ist die Adresse. Na, Walter? Gut gefrühstückt? Gut gelaunt? Gefrühstückt, ja. Na, das Handvoll kommt noch. Du löst heute den Fall Panowski. Ja, ja. Ja, wir haben nämlich alles zusammen. Wir wollen jetzt endlich Klarheit haben. Es geht um Irmgard Panowski, die hier die Wirtin war und die mit ihrem Mann zusammen dieses Gasthaus geführt hat. Das Geschäft war in Ordnung, Schwierigkeiten gab es nur in der Gehe der beiden. Ich war sehr glücklich. Wie können Sie das sagen? Na, Panowski, wenn Sie glücklich sind... Das ist doch wohl meine Sache, nicht wahr? Es kommt doch wohl darauf an, wie ich die Sache sehe. Jedenfalls hatte Ihre Frau eine Menge Liebschaften. Und warum sagen Sie das hier? Vor allem, wen geht das was an? Die hatte sie ja nun nicht. Die wussten es und sie waren vor Eifersucht fast wahnsinnig. Das war ein bisschen Sinn. Warum geben Sie das nicht zu? Morgens um sieben wird Irma Panowski an der Autobahn gefunden. Wir ermitteln den Mann, der sie aus dem Wagen geworfen hat. Er gibt an, ein anderer Autofahrer habe ihn überholt, habe ihn auf die offenen Wagentüren aufmerksam gemacht und erst so habe er die Tote entdeckt. Die Aussage ist glaubhaft. Glaubhaft? Dieser charakterlose Mensch. Muss ich mir das sagen lassen? Ich sage noch öfter! Ruhe, hören Sie auch. Ein Verbrecher. Ein kaltblütiger Verbrecher. Ich soll dir wohl eine Scheuern. Will er wohl nur. Ich sagte Ruhe! Diese Aussage ist allein deshalb glaubhaft, weil die absichtliche Beiführung einer solchen Szene ihrem entlastenden Charakter nach wenig wahrscheinlich wäre und außerdem die Intelligenz des Wiegern zu übersteigen scheint. Wie bitte? Es lag also nah, dass der Mörder Wiegern benutzte, um den Tatverdacht in fast eindeutiger Weise ihm zuzuschieben und dazu passt sehr gut, Streitszene zwischen Irma und Wiegern, als der Ehemann seine Frau aufforderte, mit Wiegern Schluss zu machen. Wie überhaupt das ganze Verhalten Ponowskis in einen Plan zu gehören scheint. Besonders das Offenlassen der Bürotür. Weißt du, dass die Tür offen war? Ich wollte Luft haben. Ach, ich dachte, die Heizung war nicht in Ordnung. Ich will den Plan nicht, den Sie mir vorwerfen. Oh, beispielsweise sich das Alibi zu verschaffen. Gab ich das vielleicht nicht. Dann sagen Sie mir doch, wann habe ich denn meine Frau umgebracht? Wann? Und wie denn? Hat Ihnen das jemand vorgeworfen? Ich glaube, Chef, er ist gar nicht der Mörder. Aber er wusste, dass seine Frau umgebracht werden sollte. Es war zwischen ihm und dem Mörder abgesprochen. Ja. Dafür spricht auch die Tatsache, dass Ponowskis für die Tat selber viel zu feige war. Obwohl er es gerne getan hätte. So? Und wer ist denn nun der Mann, der das für mich getan haben soll? Man muss sich vorstellen, ein Mann, der seine Frau anbetet, seine Frau liebt und sich selber gewissermaßen aufgegeben hat, seinen Stolz und seine Selbstachtung. Und man hat ihn rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht, wenn du diese Frau heiratest, dann erlebst du das und das. Macht nichts, sagte er. Ich halte das schon aus. Ich bin sicher, dass er das vorhatte, das auszuhalten. Aber es war wahrscheinlich zu viel für ihn. Wollten Sie irgendwas sagen? Nein. Ja, wann wollen Sie denn eigentlich anfangen, was zu sagen? Tja, was, was, was sollte ich denn sagen? Wie Sie wollen. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Na, darauf kommen wir noch zurück. Ponowski begann seiner Frau, den Tod zu wünschen. Das ist meine Meinung. Das behaupte ich, steif und fest. Und er fand auch den Mann, der das für ihn tat, was er tun wollte, um seine Qual zu beenden. Es müsste eine besondere Beziehung zwischen Ponowski und dem Mörder bestanden haben. Ja, nur so sind gewisse Gespräche vorstellbar, die man vielleicht in Bruchstücken rekonstruieren kann. Wie soll ich es machen? Wann soll ich es machen? Heute? Morgen? Oder vielleicht gar nicht? Lass sie am Leben. Aber du bist dir doch klar darüber, dass du so gar nicht weitermachen kannst. Also gut, heute. Ich werde ins Büro gehen, lasse die Tür offen und mache die Killner-Abrechnung. Ja. So muss das Gespräch der Komplisen ausgesehen haben. Nein. Nein, nein, nein. Herr Ponowski. Und so führten sie es auch aus, nach Plan. Irmgard begleitete Wiegand hinaus. Sie blieb im Flur stehen, bis Wiegand zu seinem Wagen ging. Und der Mörder stand schon hinter ihr. Sie drehte sich um und stand vor ihm. Ja, aber sie schrie nicht. Sie hielt es einfach nicht für möglich, was dann geschah. Naja. Wir wissen, er erwirkte sie. Dann trug er sie hinaus, öffnete die hintere Tür des Lastwagens und schob sie hinein. Er kam gar nicht mehr dazu, sie fest zu verschließen, denn Wiegand fuhr schon ab. Wer war's denn? Sie haben Ihren Zeitpunkt verpasst, Möhringer. Das ist der Mann, der den Mörder gesehen hat. Und erpresst ihn. Er versucht, aus seinem Wissen Kapital zu schlagen. Was sagen Sie denn da? Da halten Sie den Mund. Jetzt brauche ich Sie nicht mehr. Er geriet in Panik und telefonierte, um den Mörder zu warnen und alles zu besprechen. Und als der Mörder kam und gerade die Wohnungstür aufschließen wollte, da wurde er durch Panowski gewarnt und lief davon. Ja, und in seiner Eile ließ er dieses Schlüsselbund stecken. Wem haben Sie denn die Schlüssel gegeben? Ich habe keine Schlüssel weggegeben. Aha. Aber die passen alle zur Dielentür, zur Wohnungstür, zum Keller Ihrer Wohnung. Also was sind denn das für Schlüssel? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Na, dann Sie es nicht wissen. Dann sind es wohl alte Schlüssel. Es war die Wohnung von Irmgard Panowski, die sie behalten hatte, als sie von ihrem ersten Mann geschieden wurde. Wahrscheinlich aus den gleichen Gründen, die er Panowski mitgemacht hat. Ach so. Also der erste Mann hat die Schlüssel zu seiner alten Wohnung behalten. Zwei Leute aus den gleichen Gründen. Ja, der eine tat es für den anderen und für sich selbst. Das ist die Tochter von Irmgard Panowski aus erster Ehe. Na, Andrea? Und zeig uns mal, wo dein Vater ist. Hier. Benno, ist Irmisch das erste Mann? Das scheint so. Das hätte ich auch nicht gedacht. Dann war das also Ihre alte Wohnung. Benno Wagner, Sie sind verhaftet. Untertitelung des ZDF, Vielen Dank.